so kann man also das rad bewegen das ist hier so auch nicht sonderlich schwer leider lässt sich aber auch nicht weiter zusammenlegen also mal schnell irgendwo hin geklappen in die ecke gestellt das funktioniert hier leider nicht so ihr seht also man hat hier an dem gerät auch eben eine puls messung das ist natürlich besonders wichtig wenn man in einem bestimmten bereich bleiben möchte es ist relativ stabil aufgebaut ihr seht ja hier das sind nicht einfach dünne rahmen sondern hier kann man mit den verstellschrauben kurz rausgetreten dann kann man die einstellen und entsprechend die höhe auch verstellen ich persönlich finde es ist nicht in sehr vielen rastungen möglich und was mich am meisten stört aber erst mal das positive ich habe einen sehr sehr leisen lauf ja also ich fange mal an zu drehen hört ihr was ich höre nichts und das ist wirklich super weil man da kann man natürlich abends wenn man irgendwie einen film gucken will oder hier oben kann man sich ein tablet drauf legen dann kann man schön trainieren ohne dass es störgeräusche gibt und das heißt hier auch im lager hat man kein spiel das ist wirklich gut das einzigste wo ich hier sind was besser hätte gelöst werden können ist die verstellung also ihr seht hier wenn ich an dem rädchen dreh dann tut sich hier unten das teil verstellen das sind also die magneten und vielleicht kann man schon erahnen der setzt eben nicht hier vorne auf sondern er setzt zuerst hier hinten auf und man kann es vielleicht erkennen an den ja spuren den abriebsspuren die da schon dran sind wenn man da einmal kurz zu weit nach unten stellt hat man schon hier den magneten einmal sieht man hier in das laufrad reingedrückt und dass das finde ich nicht gut es wird auch im übrigen nicht beschrieben ob man das hier verstellen kann nach oben das werde ich dann mal probieren denn ich möchte nicht dass es hier hinten zuerst aufkommt und mir irgendwann das fahrrad kaputt macht denn so trifft zuerst hier und ich mache mir das rad kaputt und eigentlich ist auch der widerstand nicht sehr groß also der der widerstand lässt sich in einem recht kleinen bereich nur einstellen und man kann aber und das finde ich positiv hier oben einen ganz normalen fahrradsitz drauf bauen heißt also wenn der sitz hier nicht ausreichend bequem ist kann man sich gerne hier einen anderen sitz drauf bauen was man unbedingt anziehen muss sind schuhe ihr seht selber das sind sehr sehr offroad mäßige farbe dalen und da kann man also nicht nur mit schlappen oder sogar nur mit strümpfen rein gehen dass das wird nix das ist unbequem also hier muss man schon richtige schuhe anziehen zum trainieren ja es tut seinen zweck aber ich finde hier hätte man durchaus diese konstruktion besser lösen können man hätte auch besser beschreiben können was kann ich denn hier oder muss ich denn hier verstellen und ich persönlich muss sagen ich finde es natürlich schöner wenn ich schon so ein magnet gebremstes system habe dass ich hier die verstellung vielleicht auch elektronisch habe dass ich mir zum beispiel sagt okay ich nehme eine bergstrecke und dann kann ich sagen ich fahr 20 minuten fahrrad und der computer der wählt den abstand unterschiedlich sodass ich meine belastung eine weniger belastung habe aber das hat das gerät hier eben nicht aber dafür ist es massiv aufgebaut es tut lautlos seinen dienst versehen es ist massiv also es lässt sich nicht irgendwo klein in die ecke stellen und von daher ja es tut seinen dienst aber ich hätte mir hier ein bisschen noch mehr gewünscht und ja ich mein also wer jetzt schweißer ist der wird jetzt nicht sagen dass das jetzt eine tolle schweißnaht ist aber ich sag mal es ist gut lackiert es hält und man fährt damit ja nicht auf rot irgendwo draußen rum so ich habe jetzt hier mal umgestellt der winkel passt jetzt besser hier kommt aber sehr früh dann dieses brems pad zum einsatz und was ich euch noch sagen wollte also wenn man jetzt hier tritt es gibt kein freilauf das heißt wenn man absteigen will es drehen sich die die pedalen immer mit wenn man jetzt hier weiter runter geht dann kommt auch als erstes das brems pad und bremst hier oben dann entsprechend ab dann ist es aber auch nicht mehr lautlos